Hi Leute, Siebfels hier, grüße euch. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich habe endlich mein Kabel gefunden für den ECO. Und ja, ich möchte heute Abend mal wieder ein bisschen strömen. Ein kleines System basteln, also ein ATX System. Eine günstige Maschine, AM4 und könnt ihr euch natürlich auch im Thumbnail sehen. Und ich würde mich freuen, also auf Twitch natürlich, wenn ihr nachher wieder dabei seid. Also bis nachher. Ciao, ciao.